Meinen Pfannenwender auch und die ganzen Burgerscheibchen und den Herd auch und sogar den alten Jenkins. Ich will ja keinem zur Last fallen. Leute, wir haben leider ein klitzekleines Problem in der Küche. Wo sind unsere Burger? Ich hab schrecklichen Hunger. Na los, ich hab nicht so lange Mittagspause. Wo ist überhaupt der alte Jenkins? Hey, ganz ruhig, das Essen schmeckt ja sowieso nicht. Tadeus, was ist hier eigentlich los?